AfD? Nee. Genau so nennt sich eine ganz neue Kampagne, die jetzt per Twitter und im Netz generell für ordentlich Schlagzeilen sorgt. Wir gucken uns die Situation ganz genau an, auch wer dahinter steckt, wer hat denn ein Interesse. Die AfD, speziell in Hessen, jetzt vor den Landtagswahlen versuchen, die Wähler abzuwerben. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen für kritischen Content und wir gehen direkt rein. Ich bin per X, also Twitter, darauf aufmerksam geworden. Dort war nämlich der Hashtag AfD, nee, sehr, sehr weit in den Trends oben. Und dementsprechend, das ist jetzt ein relativ neuer Account. Hier, man sieht das, September 2023, also erst einige Tage jung, dieser Account. Und wird hier als NGO bezeichnet, lokal ansässig in Hessen mit etwas über 5.400 Followern. Aktualisieren das Ganze auch nochmal. Da sehen wir, sind sie schon bei 5.500 und folgen niemandem. Angeblich haben sie so in den letzten Tagen einem einzigen Account gefolgt, das war Elon Musk. Ja, diese Kampagne zielt darauf ab, die potenziellen Wähler darüber zu informieren, was die AfD eigentlich vorhat. Weil wir erinnern uns nochmal ein paar Wochen zurück, da hatte ich auch ein Video über diese Nachricht hier gemacht, die ja von Marcel Fratscher gekommen ist, vom DEW in Berlin. Das AfD-Paradox. Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wähler. So wurde das Ganze hier in dieser Studie oder in der Statistik, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dargestellt. Und einige waren dann doch schockiert, ach Moment, das passt ja vielleicht doch nicht so, dass ich dann die AfD wähle mit diesen Einstellungen. Und genau auf die gleiche Kerbe zielt nämlich jetzt diese Kampagne hier. Dann sehen wir das, so sieht die Webseite jetzt hier aus. Und wir haben jetzt hier wählen, ja, Hashtag AfD, nee, damit aus dem Denkzettel kein Boomerang wird. Eine Initiative von Demokult e.V., also ein eingetragener Verein, Verein zur Förderung demokratischer Bildung und Kultur, nennen die sich. Und da habe ich auch mal weiter ein bisschen noch recherchiert. Und wenn man aufs Impressum klickt, kommt man hier auf demokult.de mit diesen Protagonisten. Und das ist zum Beispiel der Vorsitzende, Philipp Jaxx oder Jaxx. Der ist hier im Team von Frankfurter Main und der ist Regionsgeschäftsführer bei der DGB unterwegs. Dann habe ich auch noch rausgefunden, ist der Michael Erhard hier eingetragen. Das ist der stellvertretende Landesvorsitzende von der Partei Die Linke aus dem Landesverband Hessen. Ja, surprise, surprise, es ist offensichtlich ganz politisch motiviert, um was es hier geht. Und der Herr Erhard im Speziellen hat hier 2019 auch schon mal für die Liste zur Europawahl kandidiert, hat es aber wohl nicht darauf geschafft. Also wir sehen, es ist politisch orientiert oder motiviert, aber das ist legitim, keine Frage. Man muss ja das bewerten, was da jetzt im Endeffekt bei rauskommt. Aber so eine Kampagne mit Webseitenaufbau, mit komplett hier Bildererstellung, Testimonials, die hier drauf sind, ob die echt sind oder nicht, keine Ahnung. Aber zumindest die Bilder bei Shutterstock oder sonst wo eingekauft, da steckt Geld hinter. Da steckt ordentlich Geld hinter, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir hier den Punkt, worum geht es uns? Die Initiative, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja, so muss man das Ganze natürlich wieder einleiten, wenn man mit... Wir kennen das mittlerweile, wir kennen es einfach. Also, wer ist denn die Zielgruppe hier? Die Zielgruppe sind potenzielle AfD-Wähler. Von AfD-Wählern sind laut einer Studie der Bertelmanns-Stiftung ungefähr die Hälfte latent oder manifest rechtsextrem eingestellt. Die andere Hälfte, die Proteste und Wechselwähler, wollen wir erreichen. Ja, und das, was man hier am meisten und am häufigsten eigentlich liest, ist der Begriff Spenden. Genau, es geht um Kohle, um Kohle, um Kohle, um noch mehr Reichweite zu generieren und auf den Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter Werbung zu schalten und verschiedene Anbise-Zielgruppen dann halt deren Poster und so weiter jetzt hier auszuspielen, welche wir hier zum Beispiel auch sehen. Und das ist auch ganz interessant, dass sich diese Leute hier für Demokratie und alles aussprechen, dass man hier aber nicht kommentieren darf. Kannst du dir nicht mehr ausdecken, ne? Die haben mehrere Postings halt gemacht, aber man darf es nicht kommentieren. Nein, das ist nicht der Wunsch, dass hier eine andere Meinung ausgeäußert wird. So, und wenn wir uns das Ganze auf dem nächsten Button angucken, das ist der Faktencheck. Und da sehen wir es dann, haben sie dann hier immer so ein Testimonial mit einem Spruch darauf, ich wollte nur die etablierten Parteien ärgern. Jetzt arbeite ich mit 70 immer noch. Hier, das ist dann angeblich der Karl Melzer Angestellter im Mai 2027 fiktiv. Es geht nicht gegen die da oben, es geht gegen sie. Wählen ja AfD, nee, heißt es. Ja, und dann heißt es hier, die AfD will, dass alle Arbeitnehmer erst nach 45 Beitragsjahren abschlagsfreien Rente gehen. Doch für 40 Prozent aller Arbeitnehmer heißt das, arbeiten bis 70, bei den Frauen trifft es sogar die Hälfte. Und das Ganze ist gut gemacht, muss man denen lassen, dass das Ganze hier ordentlich mit Belegen dann gemacht wird, Quellennachweise etc. pp. Alles drin und wenn wir verschiedene Sachen davon jetzt hier angucken, die AfD propagiert die Familie als positives Leitbild, dass gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien die frühkindliche Bildung in Kitas wichtig ist, ignoriert sie dabei, heißt es hier. Und da geht es speziell bei diesem Punkt dann darum, dass die AfD auch sagt, ja Moment, derjenige, der sein Kind aber nicht direkt in die Kita schickt, der hat ja jetzt finanziell eine andere Stellung als jemand, der das Kind da hinschickt und wo das Ganze dann halt auch bezahlt wird und so weiter. Und der sagt dann halt, ja Moment, die müssen genauso, die das Kind auch zu Hause erziehen, beispielsweise Großeltern oder jemand kann es sich finanziell erlauben und muss nicht das Kind zur Kita bringen, sondern hat sich freigenommen, wird freigestellt für, wie heißt das nochmal, Elternzeit, ne, Elternzeit, genau. Und dass der aber dann genauso finanziell unterstützt wird. Und das finde ich ehrlich gesagt gut. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Wird wie Kitas und Tagesmütter genauso bezahlt. Oder dann, was haben wir hier als nächsten Punkt, haben wir hier zum Beispiel, die AfD will, dass sich Zuwanderung an nationale Interessen orientiert. Tatsächlich würde ihre Politik der deutschen Wirtschaft massiv schaden, heißt es hier. Ja, das wage ich jetzt mal an der Stelle ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln, denn wir sehen doch, was gerade aktuell unserer Wirtschaft massiv schadet. Richtig, das ist die Ampelkoalition. Das muss man ja klar hier festhalten. Dann auch hier darauf bezogen, als Lösung des Fachkräftemangels schlägt die AfD Geldprämien für kinderreiche Familien vor und verstärkt Forschung und Förderung von technischen Lösungen. Das alles wird von dem Fachkräftemangel kurzfristig nicht lösen. Die Fachkräfte fehlen aber jetzt. Okay, seit 2015 haben wir doch neue Fachkräfte ins Land bekommen, habe ich gehört. Komischerweise hat das aber den Fachkräftemangel, sieht man beispielsweise auch bei meiner Baustelle, nicht gelöst. Oder sind das jetzt böse Zungen, die sowas sagen würden? Also von daher finde ich so eine Familienförderung persönlich sehr, sehr wichtig und gut. Überlegt euch mal, wie viele Zuwanderungen wir in Deutschland mittlerweile haben, aber trotz dessen so viele offene Ausbildungsstellen wie noch nie. Und es ist mittlerweile circa jede zweite. Ich habe gerade am Wochenende noch mit einem Bekannten darüber gesprochen, der auch Auszubildende hat. Und es ist schwer, diese zu halten, weil die sagen auch, ja Moment mal, warum soll ich denn überhaupt jetzt eine Ausbildung anfangen und starten? Die brechen ab nach ein paar Monaten, wenn die morgens früh aufstehen müssen und dann immer wirklich das Berufsleben im Handwerk kennengelernt haben. Insofern, dass sie sagen, ja sorry, aber ich brauche ja jetzt nicht mehr mindestens irgendwie so und so viel oder so und so lange gearbeitet haben, um Stütze zu bekommen. Nö, Bürgergeld bekomme ich jetzt am ersten Tag nach der Schule. Also warum sollte ich das hier durchziehen? Das werde ich nicht machen. Wisst ihr, diese verweichlichte Gesellschaft, die wir dadurch bekommen, das wird nur noch mehr. Davon bin ich überzeugt. Auf den Punkt der Kinderbetreuung auch gerne nochmal gerade zurück. Ich hatte noch einen Gedanken hier, nämlich dazu, eine Statistik, die ich vor ein paar Monaten gelesen hatte, aus dem Juli diesen Jahres. Viele Eltern gehen beim Wunsch nach einem Krippenplatz leer aus. Ach so, die AfD ist ja gar nicht an der Macht, hat gar keine Entscheidung, aber trotz dessen sehen wir, dass Kinderbetreuung in Deutschland offensichtlich nicht funktioniert. Ja, großartig. Und dann? Ja, genau das. Ansonsten haben wir hier noch so Punkte bezüglich dem ÖPNV drin. Und da sollte die AfD-Meinung ja eigentlich auch bekannt sein. Laut AfD sollen die Verkehrsverbünde die Hälfte ihrer Kosten selbst erwirtschaften. Und dass das eigentlich nicht der Fall ist, ist ja wirklich schon ein riesengroßer Skandal. Denn überleg doch mal, wer bezahlt das denn? Wer bezahlt denn, dass einige diesen ganzen ÖPNV benutzen? Richtig. Das ist die Mehrheit. Das sind die Steuerzahler in Deutschland wohl. Das ist ja mittlerweile die Minderheit in diesem Land geworden. Nächster Punkt dann hier zum Beispiel, verspricht die AfD Steuersendung für alle. Davon produzieren aber Wohlhabende und Millionäre, heißt es hier. Mit keiner anderen Partei würden Familien mit einem Jahreseinkommen von bis zu 55.000 Euro weniger Einkommenszuwächse haben. Gleichzeitig würden mit keiner anderen Partei Familien mit einem Jahreseinkommen von über 300.000 Euro mehr Einkommenszuwächse haben. Ja, von mir aus mag das in der Grenze so stimmen. Grundsätzlich setzt sich die AfD aber dafür ein, dass die Steuern gesenkt werden, dass zum Beispiel auch die Spritzsteuer geringer sein soll, dass hier die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dass diese Steuern gesenkt werden, CO2-Steuer abgeschafft werden. Das ist ja in dieser Kalkulation hier einfach gar nicht mit drin. Was sieht die AfD im Fokus? Die AfD sieht im Fokus, dass Menschen, die hier den Laden am Laufen halten, die etwas leisten für dieses Land, dass die wiederum hingehen und unterstützt werden. Und das finde ich persönlich ehrlich gesagt sehr gut. Und genauso muss man doch wirklich festhalten. Wir haben 2022 die höchste Inflation seit 1948 gehabt. Und dementsprechend, damit kann die AfD ja jetzt eigentlich nichts zu tun haben, denn sie sind nicht an der Macht. Das liegt klar an der Merkel-Politik der letzten 16 Jahre und der letzten paar Jahre von der Ampelkoalition. Das muss man wirklich so klipp und klar festhalten, sonst raffen es offensichtlich einige nicht. Ja, dann geht es noch um Schul-Situationen, Inklusion und so weiter. Ich denke, ihr kennt viele Meinungen von der Alternative für Deutschland dazu. Ihr könnt ja eure Meinung dazu gerne mal unten reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, auch was ihr von dieser Kampagne haltet. Abschließend Fazit. Meiner Meinung nach, ich glaube, es zielt einfach darauf ab. Es wird gerade realisiert und gesehen, ja Moment, wir kriegen hier ordentlich Probleme und wir müssen jetzt gegen diese Partei etwas tun, weil das ist jetzt eine Bestandsaufnahme einer Partei. Wird auf der anderen Seite aber von anderen Parteien jetzt dargestellt, wir können dies, wir bieten das an, unsere Ideen sind das, um dieses und jenes Problem zu lösen. Nö, das habe ich noch nicht gesehen. Es wird wieder nur so argumentiert, die sind schlecht, weil das, das, das fordern. Das kann es doch nicht sein, das ist doch komplett lächerlich, oder? Schreibt eure Meinungen rein, ich bin gespannt drauf. Abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.